Rucksäcke. Es gibt so viel dazu zu sagen und eigentlich ist es so ein tolles Thema, weil man mit einem gescheiten Rucksack einfach so viel mehr Spaß haben kann und alles in allem auch einfach leichter wird. Oder anders gesagt, der falsche Rucksack und der Rucksack falsch gestellt kann alles richtig vermiesen. Deshalb Zeit für einen Grundlagenkurs. Heute spreche ich mal gar nicht so sehr von der Art des Rucksacks oder den Funktionen. Das ist alles ein eigenes Thema. Ich zeige euch vor allem, wie man aus irgendeinem Rucksack einen gut sitzenden Rucksack macht. Aber nicht nur das, sondern vor allem gehen wir ein bisschen auf die Hintergründe des Ganzen auch ein. Denn wie man sich den Rucksack einstellt, ist zwar ganz nett zu wissen und da gibt es im Internet auch tausend Anleitungen dafür. Aber wenn ihr wisst, warum ihr das eigentlich einstellt und auf welche seltsamen, harten Mythen ihr verzichten könnt, dann macht ihr es wie von selbst und alles ist ganz logisch und das ist doch das Schönste. Aber steigen wir gleich ein in die Thematik und schauen wir uns Schritt für Schritt das perfekte Rucksackfitting an. Fangen wir an mit dem Rucksackgewicht. Oftmals wird genau das leider vergessen, wenn es um das Anpassen geht, wird auch selten erklärt. Der Rucksack sollte dem Einsatz entsprechend gepackt werden, damit die Anpassung auch korrekt ist. Ist der Rucksack leer oder deutlich leichter als im Einsatz, könnte das Fitting am Ende irgendwie für die Katz gewesen sein, weil es sich dann einfach falsch anfühlt. Ist er viel zu schwer, gilt im Prinzip genau das gleiche Problem. Gestartet wird grundsätzlich damit, dass wir alle Bändchen an dem Rucksack möglichst locker stellen. Das führt dazu, dass wir dann bei der Anpassung jedes einzelne Element einfach so lange zuziehen, bis es passt und wir nicht hin und her justieren müssen. Danach können wir den Rucksack uns mal umhängen und starten mit Schritt Nummer 1, dem Hüftgurt. Der Hüftgurt hat bei einem Bergrucksack, egal ob groß oder klein, immer die gleiche Funktion. Er soll Gewicht vom Schultergürtel auf die Hüfte und ein wenig auch auf das Gesäß verlagern. Es geht dabei nicht darum, dass wir das komplette Gewicht auf die Hüfte umlagern. Das würde nämlich nach kürzester Zeit dazu führen, dass man eine schlechte Haltung einnimmt, weil es einfach Kreuzschmerzen verursacht. Grundsätzlich macht es keinen Sinn, da jetzt viel mit prozentualer Verteilung des Gewichts herumzureden. Das kann man sowieso nicht abschätzen, aber es gibt sich letztlich von selbst. Du suchst dir, nachdem du dir den Rucksack umgehängt hast, deinen Hüftknochen. Den spürt man in der Regel recht deutlich. Man kann auch, wenn man recht viel Hüftspeck hat, einfach ungefähr in dieser Region einfach mal leicht dagegen klopfen auf die Seite. Dann sollte man einen harten Widerstand finden. Dieser harte Widerstand hat oben irgendwo ein Ende und genau dieses Ende nehmen wir uns her für die Position des Hüftgurts. Nun sollten zwei Drittel Hüftgurt bei sehr breiten Hüftgurten von großen Tracking-Rucksäcken zum Beispiel oder ungefähr die Hälfte eines normalen Rucksack-Hüftgurts am Hüftknochen liegen. Warum sollte man das eigentlich so machen? Eigentlich ganz einfach. Die meisten Menschen haben keine sehr natürliche und gesunde Haltungsform. Das klingt jetzt vielleicht hart, aber elf von zehn Orthopäden werden euch das bestätigen. Das hat vor allem was mit unserem Lebensstil, also dem vielen Sitzen und der schlechten Rückenmuskulatur zu tun. Die Folge ist, dass die schlechte Haltung, gerade wenn man einen schweren Rucksack umhat, definitiv nochmal verstärkt und verschlimmert wird, wenn viel Gewicht nach hinten zieht. Bedeutet im Umkehrschluss mit einer sehr gesunden Haltung und einem sehr starken Rücken und starken Schultern müssten wir uns gar nicht so sehr um den Hüftgurt kümmern. Der Hüftgurt sollte nun auf dieser Höhe verschlossen werden und dabei dann so festgezogen werden, dass man die Verschiebung der Lastverteilung deutlich spüren kann. Die spürt man so, als würde einem jemand quasi das Gewicht von den Schultern nehmen und um den Bauch binden. Das kann das Gewicht deutlich angenehmer gestalten, bis zu einem gewissen Punkt zumindest. Man kann theoretisch nämlich den Rucksack fast vollständig auf die Hüfte verlagern. Dafür muss man den Gurt brutal festziehen, damit er hinten nicht mehr nach unten absacken kann. Da das auf langen Touren aber ungemütlich ist, reicht es in der Regel einmal tief in den Bauch einzuatmen und dann vernünftig festziehen. So haben wir jetzt das Rucksackgewicht auf die Hüfte verlagert. Herzlichen Glückwunsch, Schritt 1 erledigt. Jetzt fühlt sich das aber ganz schön wackelig an. Deshalb müssen wir jetzt noch die Schulterriemen festziehen, um den Rucksack wieder vernünftig an die Schulterposition anzupassen. Schritt Nummer 2. Die Anpassung ist eigentlich sehr einfach. Wir ziehen die Schulterriemen einfach an, bis wir Druck und vor allem Last am Schultergürtel spüren. Gleichzeitig spüren wir die Entlastung der Hüfte, der wir ja kurz zuvor den ganzen Haufen umgehängt haben. Zu viel Last auf den Schultern zu übertragen, führt bei längeren Touren aber definitiv zu Problemen. Allen voran natürlich die Schulterschmerzen, die Nackenschmerzen und auch Kopfschmerzen können davon entstehen. Das Interessante ist aber nun, dass sich viele Leute darüber beklagen, dass sie, wenn sie den Schulterriemen nicht sehr fest anziehen, die Kontrolle über den Rucksack verlieren. Das kann man aber meistens ganz anders lösen. Zieht den Schulterriemen einfach mal nicht so fest an, bis sich der Rucksack nicht mehr bewegen kann, sondern wirklich nur so fest, wie ich es gerade beschrieben habe. Dann lässt du das Ganze jetzt mal so sein und wir reden kurz über einen weiteren wichtigen Punkt, nämlich die Lageverstellung. Schritt Nummer 3. Je größer der Rucksack und je schwerer der Inhalt, desto wichtiger ist es, die Lage des Schwerpunkts zu kennen. Denn ein 30 Kilo Rucksack würde mich bei schlechter Lage einfach umwerfen. Bei guter Lage kann ich den problemlos handeln. Die Lagerriemen befinden sich an den Schulterträgern. Die finden wir eigentlich bei fast allen Rucksäcken am Markt. Cool ist es jetzt, wenn du einen Spiegel hast, es geht aber auch ohne. Du hast den Rucksack ja immer noch auf und ziehst die Lagerriemen so lange fest, bis die Rückenplatte zwar nicht auf deinem Rücken drückt, aber du sie eindeutig spüren kannst, vor allen Dingen im oberen Bereich des Rückens. Wenn du nämlich wie viele Menschen ein Hohlkreuz hast, wirst du die Rückenplatte im unteren Bereich nie spüren. Aber im oberen Bereich, der Brustwirbel, solltest du die Rückenplatte wahrnehmen können. Dann hast du eine durchschnittliche Lastverteilung. Die macht so lala Belüftung und so lala Kontrolle. Wenn du aber jetzt in ausgesetzter Gratkletterei unterwegs bist, dann ist so lala Kontrolle auch eine so lala gute Option. Da brauchen wir volle Kontrolle und unser Rucksack und vor allem der Rucksack Schwerpunkt sollten eins zu eins das machen, was wir machen. Deshalb kann man die Lagerriemen deutlich fester anziehen. Wenn man im Flachen unterwegs ist oder eben auf einem Forstweg oder so, dann kann man auch für die bessere Belüftung und für größere Flexibilität die Lagerriemen eben wieder etwas lockerer machen. Das ist dann etwas angenehmer und befreiender. Beim Bergabgehen empfehle ich euch auf jeden Fall eine so lala Position. Also so, dass ihr die Platte oben wieder etwas spürt. Denn zu viel Bewegung beim Bergabgehen behindert das Gleichgewicht und ist anstrengender für die seitlichen Bauchmuskeln, die das Schiff ja irgendwie aufrecht halten müssen. Gut, was fehlt jetzt noch? Naja, Schritt Nummer 4, der Brustgurt. Der sollte bei allen Rucksäcken immer dabei sein, auch bei Laufrucksäcken. Denn der hat jetzt nochmal eine wichtige Funktion. Wenn dir jetzt, wie vorher besprochen, die Schulterträger irgendwie wackelig vorkommen und du sie eigentlich fester ziehen wolltest, kommt hier jetzt die Lösung. Statt die Schulterriemen anzuziehen, schließen wir den Brustgurt und ziehen den Brustgurt so fest, dass eine Spannung zwischen den beiden Schulterträgern entsteht. Hier hilft auch wieder ein Spiegel. Du schließt also den Brustgurt und ziehst und ziehst so lange, bis du merkst, dass sich die Schulterträger irgendwie zueinander bewegen wollen. Also auf deinen Schultern und Nacken quasi immer näher kommen. Da hörst du dann einfach sofort auf, sobald du siehst, dass das passiert. Dann ist nämlich der Brustgurt auf Spannung gebracht. Diese Spannung fixiert die Schulterträger, sodass sie seitlich nach außen hin, also vom Körper weg, keinen Spielraum mehr haben. Damit sparst du dir das Festziehen der Schulterträger, womit du ja lediglich die Last vom Hüftgurt nehmen würdest und dann fängt quasi die Spirale der Probleme von vorne an. Großes Thema ist noch der Bereich Rückenlänge, gerade die Damenwelt, die bei mir am Kanal leider absolut unterrepräsentiert ist. Bin ich nicht schön genug oder was? Was ist da los? Egal. Jedenfalls könnt ihr Damen oder liebe Männer mal an die Frauen weiterleiten, euch auf die Varianten der Rucksäcke mit kurzen Rücken konzentrieren. Die gibt es mittlerweile bei fast allen Rucksäcken von Ottobox und Deuter und funktionieren sehr gut. Die kurzen Rückenmodelle sind aber nicht immer gleich kurz. Bei manchen Rucksäcken greife ich zum Beispiel mit 1,80 Größe zu den Kurzmodellen, bei anderen nicht. Also das kann sehr individuell sein. Leider geben das die Hersteller nicht immer genau an. Deshalb kommt man, wenn man weiß, dass man sehr klein ist oder einen sehr kurzen Rücken hat, nicht drumherum die Rucksäcke wirklich zu probieren. Grundsätzlich erkennst du einen zu langen Rucksack immer daran, dass die Rückenplatte, wenn du den Rucksack richtig eingestellt hast, über deine Schulterblätter hinweg nach oben geht. Die Folge können Haltungsprobleme und Lastverteilungsprobleme sein, die deine Erfahrungen mit dem Rucksack definitiv schmälern werden. Sagt den Schulter- und Rückenproblemen unbedingt den Kampf an, um eure Wander- und Bergerlebnisse einfach in der Qualität massiv zu verbessern und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren. Wie immer danke ich vielmals für's Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder und bis dahin. Bergheil! Bergheil!